Liebe Frau Albus, lieber Markus, lieber Stefan, liebe Angehörige, Brüder und Schwestern in Jesus Christus, unseren Herrn. In der Lesung, die wir gehört haben aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung des Johannes, aus der Apokalypse, heißt es, dass das Buch aufgeschlagen wird, das Buch des Lebens. Das wird wohl, liebe Gemeinde, im Buch des Lebens über unseren lieben Franz Albus alles verzeichnet sein. Sicherlich das, was wir im heutigen Evangelium nach Lukas gehört haben. Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr einsetzen wird? Er war ein kluger und treuer Verwalter all der Dinge, all der Menschen, all der Aufgaben, die ihm in seinen fast 70 Jahren aufgetragen waren. Er war wirklich ein treuer Verwalter, wie es die Bibel so schreibt. Und jetzt, an diesem Nachmittag, auf den wir und Sie, liebe Familie Albus, gute dreieinhalb Monate vorbereitet waren, er ist dennoch so ungeheuer schwer, weil wir einen Mann gehen lassen müssen, der vielen von uns so ans Herz gewachsen ist. Und in diesen Tagen, seit dem 26. Januar, bin ich von vielen Menschen angesprochen worden, wenn ich hier unterwegs war in Allersberg, die vom Franz erzählt haben, dass er immer ein gutes Wort für jeden parat hatte, ein freundliches, aufbauendes Wort, dass er einer war, der einem mit einem Wohlwollen und einem Lächeln begegnet ist. Er, der treue und kluge Verwalter. Und wir haben Zuversicht, weil wir im Leben und nicht zuletzt in der Krankheit, im Sterben dieses Mannes, spüren wir etwas von diesem treuen und tüchtigen Knecht des heutigen Evangeliums. In seiner so verlässlichen Art, den Menschen, den Aufgaben zugewandt, in seiner Treue und Sorgfältigkeit im Dienst, auch hier als Aushilfsmessner im Dienst für das Gotteshaus, hat er immer für alles ein Gespür gehabt. Er war einer, der da immer wusste, er wollte, dass seine Kirche, dass da alles passt und stimmt. Und immer wenn ich jetzt seit seinem Tod und in den Monaten seiner Krankheit in die Kirche gekommen bin, habe ich oft schmunzelnd auf das ewige Licht schauen müssen. Denn das ewige Licht geht ja irgendwann einmal aus und er hat immer geschaut und hat die Kerze schon parat gehalten. Und wenn ich ihm manchmal zuvor gekommen bin und die Kerze angezündet hat, dann hat es ihn immer ein Stück gewurmt, weil es ja seine Aufgabe war. Ja, er war so hilfsbereit, so freundlich und die Pfarrei Allersberg war seine geistliche Heimat. Er, der am 8. Februar 1954 das Licht der Welt erblickte als Sohn der Eheleute Rudolf und Barbara Albust, zusammen mit einer Schwester Irmgard ist er aufgewachsen. Er ging hier zur Schule, machte schließlich die Ausbildung zum Maschinenschlosser und war von 1968 bis 2019 bis zu seinem wohlverdienten Ruhestand bei der Firma Siemens. Am 18. September 1982 haben sie beide Ja zueinander gesagt, liebe Frau Margit. Ja zueinander gesagt in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Wenn man jung ist, dann ist das Leben wie ein unbeschriebenes Buch vor einem. Aber wir wissen immer in jeder Beziehung, dass einer immer früher geht als der andere. Zwei Söhnen haben sie beide das Leben geschenkt, Markus und Stefan. Aber noch weit mehr als nur das Leben haben sie ihnen sehr viel Liebe, Zuneigung gegeben, sehr viel Werte ihnen weitergegeben, die ihre Söhne auch heute noch prägen. Man spürt bei den Söhnen den Vater und die Mutter, die dahinter stehen. Die Familie ist größer geworden, eine Schwiegertochter ist dazugekommen und natürlich die Freude eines Mannes, wenn er dann Opa wird von seiner kleinen Carlotta. Leider wird sie sich wohl an ihren Großvater nicht bewusst mehr erinnern können später. Aber in den Erinnerungen, in den Geschichten, die sie ihr erzählen werden, wird sie spüren, was sie für einen wunderbaren Großvater gehabt hat. Jedes Jahr am Barbaratag im Dezember hat mir der Franz Albus die Kirschzweige besorgt für den Barbaratag. Und meistens sind sie nichts geworden, ganz selten sind sie nur erblüht. Und in diesen Weihnachten haben sie so sehr geblüht, wie noch nie in all den Jahren, seit ich hier in Allersberg bin. Da verblüht ein Leben, aber seine Kirschzweige erblühen in ihrer schönsten Farbenpracht. Ein Zeichen auch für unseren lieben Franz, der so sehr aus dem Glauben heraus gelebt hat. Der seinen Glauben im Stillen, aber ganz bewusst gelebt hat und so viel Kraft gefunden hat in seinem Leben. Als Mitte Oktober die furchtbare Diagnose kam, dass er diese heimtückische Krankheit hat und dieser Krebs ist ja sehr, sehr aggressiv, wussten wir alle, dass ihm wohl nur noch wenig Zeit, wenige Monate bleiben. Und ich weiß noch, als wir beide, liebe Frau Albus, nach Fürth ins Krankenhaus gefahren sind und er untersucht wurde, da dachte ich auf dem Weg dorthin, wie werde ich wohl diesem Mann begegnen, welche Worte werde ich finden. Und dann lag er so da mit sich, mit seinem Leben im Reinen und man ging getröstet von ihm weg. Ja, so war er in all diesen Begegnungen in den letzten Monaten. Unser Franz war vor seinem Ruhestand natürlich auch schon mit unserer Pfarrei ganz verbunden. Er war hier engagiert in verschiedensten Tätigkeiten. Früher ist lange Jahre Mitglied des Pfarrgemeinderates, dann bis jetzt Mitglied der Kirchenverwaltung, Hausmeister des Kindergartens St. Antonius. Er war im Rat der Sebastiansbruderschaft, er war Aushilfsmessner und er war auch der ehrenamtliche Hausmeister, könnte man sagen, für das Pfarrhaus und für den Pfarrgarten. Es gibt fast gar kein Zimmer in meinem Haus, das nicht Spuren von ihm hinterlässt, wo er irgendetwas getan hat, handwerklich irgendeine Tätigkeit verrichtet, irgendetwas aufgehängt hat. Und als ich im Sommer einen Kreuzweg geschenkt bekommen habe, dann haben wir gemeinsam diesen Kreuzweg aufgehängt. Das war ein wenig kompliziert. Und dann ist er immer in der Zeit, wenn ich nicht da war, durch das Haus gegangen und er sagte selber zu mir, Herr Pfarrer, ich habe mich oft vor diesem Kreuzweg hingesetzt. Und seit seiner Krankheit bin ich täglich auch zu diesem Kreuzweg und habe immer wieder eine andere Station unserem lieben Franz Albust gewidmet. Er hatte ein so freundliches, höfliches, ruhiges Wesen. Er hatte immer für die Mitmenschen, wie ich ja eingangs schon sagte, ein gutes Wort parat, wenn man ihm begegnete. Und er kannte ein Wort nicht, das so weit dominierend verbreitet ist, nämlich das Wort ich. Er war einer, dem das Du wichtig war, der Mitmensch, helfend im Dienst für die anderen. So kannten wir ihn und so haben wir ihn alle geschätzt. Liebe Brüder und Schwestern, wir nehmen heute Abschied von einem Mann, der eine Lücke, eine große Lücke natürlich hinterlässt im Leben seiner Lieben, seiner Frau, seiner Söhne, seiner Familie. Aber auch eine Lücke im Leben unserer Pfarrei Allersberg, die nur schwer zu füllen ist. In diesen Jahren, seit ich hier in Allersberg bin, habe ich beim Franz Albust immer einen Mann an meiner Seite gehabt, der mir auch nicht nur mit Tat, sondern auch mit einem guten Rat oft zur Seite stand, mit einem großen, großen Wohlwollen. Und unser Franz Albust war auch so ein Genießer, im wahrsten Sinne des Wortes. Er war ein bescheidener Mensch, in der Zeit seines Lebens war er sehr bescheiden. Aber wenn, dann hat er gewusst, was gut war. Er hatte ein Gespür für gute Küche, für gute Weine. Und wir hatten eines gemeinsam, der Franz und ich, die Liebe zu Knoblauch und Bärlauch. Und wenn ich ihm immer mit ganz viel Knoblauch ein Risotto gemacht habe, dann mussten Sie, Frau Albust, das Ehe, das Schlafzimmer verlassen in dieser Nacht. Ja, so war unser Franz Albust, einer mit einem Gespür, mit einem guten Geschmack, und er war so ein gastfreundlicher Mensch. So haben wir ihn immer schätzen gelernt. Niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen, heißt es im Evangelium nach Johannes. Und doch ist uns unser Franz genommen worden. Wir sprechen ja über sein Leben, über seine Krankheit und über sein Sterben, dass es eine Erlösung war. Und die letzten Tage seines Lebens hat man ihm wirklich angemerkt, wie die Krankheit immer mehr ihm zu schaffen macht, seinen Körper immer mehr schwächt. Aber es war eine Erlösung. Aber eine Erlösung, würde ich noch sagen, im größeren Sinne, im umfassenderen, dass er befreit wurde, nicht nur von dieser verzehrenden, furchtbaren Krankheit, sondern Erlösung ist im Letzten und Tiefsten immer die Befreiung zum Leben, zu einem Leben ohne Tränen, zu einem Leben ohne Klagen, zu einem Leben ohne Schmerzen. Ja, unser lieber Franz ist nun erlöst. Er ist der kluge und treue Verwalter. Einer, so wie es im Evangelium heißt, der selig der Knecht, der wachend war. Und das war er bis zum Schluss seines Lebens. Liebe Brüder und Schwestern, als Pfarrer ist man genauso ein Mensch wie Sie und ich, mit Zweifeln, mit manchen Fragen, die da sind, mit mancher Klage, mit manchem Leid. Aber so ein Sterben, so eine Krankheit dieses Mannes, da bin ich in meinem Glauben auch von ihm und da bin ich ihm mein Leben lang dankbar, so gestärkt worden. In diesen Begegnungen, in diesen letzten dreieinhalb Monaten mit ihm. Und als die Ärztin zum Beispiel kam vom Palliativdienst, sagte sie ja zu Ihnen, Frau Albust, weiß der Mann eigentlich um die Schwere seiner Krankheit? Und sie sagte, ja, er weiß alles. Und dann sagte die Ärztin selten so einen Menschen, der so gelassen, so gestärkt damit umgeht. Und dann, als er das Sterbessakrament erhalten hat, war er so dankbar dafür. Es war sein Wunsch, dass er gestärkt wird. Es war sein Wunsch, dass wir gemeinsam beten. Und er sagte mir in den Tagen danach, wie ihm dieses Sterbessakrament so viel Kraft gegeben hat. Und dann, am Abend vor seinem Sterben, da erinnere ich mich immer wieder, als sie mich abends spät angerufen haben, der Franz liegt im Sterben, wir gemeinsam an seinem Sterbebett gebetet haben. Und ich dachte mir, viel wird er wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, so wie er geatmet hat, wie seine Augen verdreht waren. Und ich sagte dann zu ihm, als ich ihm die Wange gestreichelt habe, lieber, Herr Albust, ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Mit einem Mal machte er die Augen auf und sagte zu mir, mit schwacher Stimme, ein wenig lallend wegen den starken Medikamenten, die er bekommen hat, sagte er mit ganz schwacher Stimme, ach, Herr Pfarrer, jetzt mussten Sie so spät noch zu mir kommen. Da liegt jemand im Sterben, quält sich ab und hat dann noch ein Gefühl für, ein Mitgefühl für die anderen. Und da, liebe Brüder und Schwestern, liebe Familie, zeigt sich die Größe eines Menschen. Nicht in den großen Dingen, die er tut, sondern wie er im Kleinen ein guter Verwalter ist. Wie er im Kleinen mit den Dingen im Hier und Jetzt, in der Begegnung mit dem Anderen, wie er mit ihnen umgeht. Wie gesagt, er hinterlässt eine große, große Lücke. Seine Gastfreundschaft, sein Lächeln werden mir und vielen von ihnen fehlen. Als wir Anfang dieses Jahres mit einigen Sternsingern aus unserer Pfarrei nach Berlin ins Bundeskanzleramt gefahren sind, hat er gemeinsam mit seinem Sohn einen Stern gemacht. Und diesen Stern habe ich jetzt immer bei mir am Eingang und ich gehe immer an diesem Stern vorüber, weil er mich so an unseren lieben Franz erinnert. Der Stern, und ich blicke auf ihn, voll Dankbarkeit. Der Stern hat frühers die heiligen drei Könige zu Christus, zum Kind in der Krippe geführt. Möge unser Franz jetzt auch von einem guten Stern zu Christus, dem Herrn und Erlöser, geführt werden, an den er ein Leben lang so tief, unerschütterlich geglaubt hat. Liebe Familie Albust, Sie verlieren etwas ganz, ganz Wertvolles in Ihrer Familie. Nicht nur den Ehemann und Vater und Großvater, sondern einen Menschen mit dem rechten Herz am Fleck. Einen Menschen, der aufrichtig durchs Leben gegangen ist. Jetzt im Anschluss werden wir für ihn die heilige Messe feiern, die für ihn auch so eine große, große Kraftquelle war. Wir werden an seinem Grab Lichter entzünden. Und diese Lichter sprechen immer im Gedenken an die Osterkerze, sprechen immer von der Hoffnung über den Tod hinaus, vom göttlichen Licht des ewigen Lebens. Wir werden Blumen auf sein Grab legen. Und Blumen gibt man immer nur Menschen, mit denen man liebevoll und in Freundschaft verbunden ist. Die Blumen sind ein Zeichen der lebenden Verbundenheit über den Tod hinaus. Und das Kreuz, das wir auf seinem Grab errichten, ist das Zeichen des Glaubens an den, der durch sein Sterben den Tod besiegt hat. Unser lieber Franz Albust, er wird fehlen. Und wenn ich heute Abend wieder an dem Kreuzweg vorübergehe, den er im Pfarrhaus angebracht hat, dann denke ich auch an das Gebet im Rosenkranz, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Ihr lieber Franz hat ein furchtbares Kreuz tragen müssen in diesen letzten Monaten. Morgen ist nicht nur der unsinnige Donnerstag, sondern morgen wäre, wenn alles ganz anders gelaufen wäre, ein froher, fröhlicher Tag gewesen, hoffentlich auch mit viel Knoblauch zum 70. Geburtstag ihres lieben Franz. Diesen 70. Geburtstag feiert er, und da bin ich mir ganz gewiss, feiert er jetzt in der Ewigkeit. Lieber Franz, vergelt Gott für all das Gute, dass du für deine liebe Margit, deine Söhne, deine Familie und für die Pfarrei getan hast. Ruhe in Frieden und auf ein Wiedersehen. Amen. 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 Amen.